ARD Text im Auftrag von Funk Zum Gleichsten mal Level 29, ich will nur noch ein bisschen was In your face Oh Stirb Stirb doch Ach come on Ein wieder Bogenfeier, das ist auch nicht schlecht So Jetzt habe ich, ach doch ein Pfeier habe ich noch, juhu meine Rettung So Eigentlich habe ich noch eine Spitzhacke, ich habe aber auch keine Spitzhacke Ich habe gar keine Spitzhacke, nein Dann müssen wir uns halt erst eine holen Pferdchen Hier lang Pferdchen, hier lang Wo So So Hier hoch Drei Diamanten Das wird gleich so knapp mit den Diamanten, ihr merkt das schon Also ich meine, Erz haben wir noch genug, aber ich möchte das jetzt echt nicht verballern Machst du da unten, Günther Günther, was machst du da unten, ich glaube es nicht So 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 So, so, so Dann gehen wir mal hier runter Und schauen mal Hübsi, hübsi Ob da Was war das denn, das ist eine Fackel Ob man jetzt langsam Wow So Ich habe mich jetzt gerade, warum ich hier lang gegangen bin, aber ist ja auch vollkommen egal eigentlich So Was war denn hier eigentlich noch drin, gar nicht, richtig Aber ich brauche den Workbench erstmal, denn Ohne Axt lässt sich keine Axt verzauern, habe ich gehört Oder Spitzhacke Dann hoffen wir das Beste Behutsamkeit und Haltbarkeit, das wollte kein Mensch haben Aber schön, dass es dich gibt, liebe Spitzhacke Juhuuu Autsch Ja, es hat also auf Deutsch gar nichts gebracht gerade das ganze, die ganzen 30 Level Gut, wir haben eine schöne neue Spitzhacke mit einer schönen Verlevelung, aber naja Hm Ob wir die gerade gebraucht haben, war die andere Frage, ist die andere Frage Denn leider brauche ich eine Glücksspitzhacke und ohne die läuft hier nichts, meine Freunde, ohne die läuft hier nichts Und dann kann ich die gleich runterlegen, Behutsamkeit, Effizienz, Behutsamkeit, Haltbarkeit, das sind zwei Hacken, die sich ergänzen würden Hier haben wir noch einen Bogen mit Schlag 1, da lege ich meinen Unendlichkeitsbogen mal hier rüber und nehme mal den jetzt mit Und hier haben wir noch eine Effizienz 4 Diamanthacke, die ist auch nicht schlecht Achja, so ist das halt Ja, ich würde sagen, ähm Bis der Wasser macht es mal ganz einfach Und zwar Äh, ist das ja jetzt wahrscheinlich letzte, ähm, Folge, die ich gerade aufnehme, bevor wir in Folge 700 gehen Und, äh, wir haben ja auch schon viele Folgen eingebüßt Wegen des ganzen, äh, hin und hers, mit, äh, da mal krank und hier mal so Machen wir uns mal ganz einfach was Und zwar werde ich jetzt die Falle aktiv, äh, Quatsch, die, äh, Kükenfarm aktivieren Das machen wir jetzt nur einmal bevor wir da in die nächste Welt gehen, weil ich jetzt unbedingt eine Glücksspitzhacke haben möchte Ja, das ist die Kükenfarm aktivieren Und wenn es sich wirklich gar nicht mehr hält vor lauter Lacks und was weiß ich nicht alles, dann starte ich das Spiel wieder So Ja, guck mal, was da oben drauf ist Hohoho, zieht euch das mal rein Flugt voll Und dann Geht's weiter Ich hau die Eier noch nebenbei rein Und dann sehen wir uns beim nächsten Also dann sehen wir uns gleich wieder Geht das so, oder? Ich habe Inventory-Fix, genau Niooooooo Ok meine Freunde, wir sehen uns dann gleich wieder Und es ist halt sich spannend, ich bleibe jetzt erstmal hier stehen und geh, stelle mich dann hier in das Haus rein, sobald das fertig ist Also, bis nachher, tschüss! Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft with Never Guest Ihr seht schon, es verlackt ein wenig und ich habe auch einiges angesammelt. So, gut, das mit der Kiste wird nichts, dann fangen wir einfach mal, ah super, wird doch was. Okay, dann fangen wir einfach mal an jetzt hier zur Schnetzel und hoffen, dass wir schnell 20 Level zusammenkriegen. Genug Schwerter haben wir ja auf jeden Fall dabei, ja, das sollten auf jeden Fall ja einiges an Hüdern sein, also wir sollten hier jetzt recht schnell mindestens einmal Level 30 zusammenkriegen und das liegt in den Hüdern, nicht in den Sternen, sondern diesmal in den Hüdern. Level 6 immer schon und die XP steigen, Level 7, Level 8, 9, super, 10, 11. Ja, es geht auf jeden Fall gut voran und auch die FPS steigen langsam wieder. Das ist immer das Problem, dass wir hier bei unserem Hühnerfalle, dass die FPS ein bisschen rumspacken, aber sieht ganz gut aus momentan, ein bisschen bei 12 wieder. Die Hühner bewegen sich wieder halbwegs flüssig. Und da ist mein erster Schwerter mitgegangen. 14 FPS. Sind nicht so viele Hühner wie sonst, aber ich habe das Gefühl. Obwohl ich wirklich ein, zwei Stunden angelassen habe, ist es schon wieder noch der nächste Tag. Scheint diesmal nicht zu viel geworden zu sein. Ja. What can I do? I can do nothing. Aber einmal Level 30 reicht mir hoffentlich. So. Stirbt mal bitte alle. Stirbt alle. Versuche natürlich vorrangig die großen zu bekommen. Ne, der Rest bringt mir ja recht wenig. So. Schau, das war's von den Großen. Werde ruhig weiter groß, das passt schon. Kann ich mich hier reinstellen? Anscheinend nicht. So. Noch ein paar Federn. Und ansonsten können wir die ganze Reste auch mal verballern kurz. Können wir einmal dabei sind. So. Okay. So. 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 Memories. So. That. So. So. Wir probieren das noch mal mit der Axt jetzt Vielleicht glaubt das ja bei diesem Versuch Ja, einfach mal jede Kiste ran voll mit Eier Das ist echt hart So Ich kotze ab Ich kotze einfach nur ab Es ist nicht schön Es ist auch übel hart wie viele Eier hier in der Kiste sind, oh mein Gott ey Ich bring mal alles an Federn und so hier hoch Was ich hiermit finde Sollte nun wirklich nicht zu viel sein Okay, das ist doch ein bisschen hier, in der Kiste. Und mehr Pastille nicht reingeht, okay. Dann mach ich mal schnell noch eine zweite Kiste. Tada. Ach, hier war ein Bett? Goal. Das wusste ich gar nicht, dass hier oben ein Bett war. Siehst du mal. Hier ist sogar Spinnenseite drin. Und Creeperpulver. Und Zombiefleisch, was man hier alles findet. Und Hackeln sind hier auch drin, okay. Nicht schlecht. Ist ja auch vollkommen egal. Jetzt haben wir hier über viel Kisten voll Spaß und Schokolade. Und versuchen, hier nochmal schnell ein paar Level zu machen. Was an sich aber nicht klappen wird. Ist ja doch eine recht magere Ausbeute. Aber es passt euch, dass wir ohne Level losziehen. Die gleich höre ich jetzt auch einmal mal auf. Und dann begeben wir uns jetzt einfach mal schlussendlich in Richtung Lager packen all unser Werkzeug weg. Und ab nächster Folge geht es dann los. Und wir wandern in die Alte. Also nicht in die Alte eigentlich, sondern eigentlich in die neue Region. Aber in dem Falle dann die Alte Region. Weil wir waren dann lange nicht mehr da. Bögen kommen hier rein. Pfeile kommen da rein. Eisen kommt hier rein. Sticks. Sinnloses Fleisch. Anders nicht. Aber das da kommt noch hier rein. Das da. Und das da kommt noch hier rein. Hier kommt dann das. Und da kommt dann das, das und das rein. Werkzeugkiste. Hier kommt ein Schwert hinein. Jetzt habe ich noch Fackeln. Fackeln kamen hier irgendwo her. Zäune kamen hier rein. Seine packt schon mal hier rein, weil da haben wir keinen festen Platz dafür. Pfeile kamen noch hier rein. Und Werkzeug-Diamanten kamen hier rein. Ja, das war es dann für diese Folge, meine lieben Freunde, für diese Aufnahme. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es dann heißt, auf in die neue Region. Und ja. Bis dahin. Adios. Adios.